Vielen herzlichen Dank an euch alle für 15.000 Abonnenten! Hallo, ihr Freundes mit alles, hier ist Arnof das Standort auf KWAU TV und ja, wenn ihr mich jetzt hier so seht, ich bin ein unheimlich glücklicher Mensch. 15.000 Abos, ich hätte das nie gedacht. Es hat einfach angefangen mit, ich will 500 Abonnenten, dann sollten es 1.000 werden und ich hätte mir nie gedacht, jemals 10.000 zu erreichen. Als ich die 10.000 dann erreicht hatte, war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, das gibt es ja nicht, ja, und dann habe ich mir gedacht, lass es einfach alles schleifen. Dann habe ich ja auch noch die letzten zweieinhalb Jahre hauptsächlich mit Twitch zugebracht und immer nur dann Videos hochgeladen, wenn ich gerade Zeit hatte. Ich habe jetzt auch noch das Angebot von zwei Personen gekriegt, die mir beim Schneiden helfen wollen. Das heißt also, wir können künftig verschiedene Dinge hier ausprobieren, die auch ein bisschen schnittintensiver sind, wofür ich einfach keine Zeit habe. Ich möchte hier nichts großartig ankündigen, aber ich weiß, dass ich ein paar von den alten Formaten revitalisieren möchte, zum Beispiel Kochvideos, das ist schnittintensiv. Wenn ich Hilfe dabei habe, dann kann ich das vielleicht realisieren. Vor allem möchte ich das ja auch streamen. Vielleicht nehmen wir einfach Streammaterial, das wir zusammenschneiden. Vielleicht wird es einfach auch parallel gedreht oder sonst was. Ich weiß noch nicht, wie ich es umsetzen werde. Das nächste, was ich machen werde, ist die Instrumentenvorstellungen revitalisieren und dann wird es weiterhin einmal im Monat Musik geben. Es ist so, dass wir natürlich auch Piratik was machen werden. Wie ihr schon in vielleicht ein, zwei Videos gesehen habt, habe ich öfters Piratenklamotten an. Das liegt daran, es ist aus dem Lab entstanden. Ich kann mal vielleicht dazu ein Video machen. Auf jeden Fall bin ich auch auf Messen viel in Piratenklamotten unterwegs. Ich sehe auch im Stream relativ viele Shanties und daher möchte ich das natürlich auch ausbauen. Ich hoffe, dass ihr damit klarkommt, denn ich habe irrsinnigen Bock drauf. Ich möchte das machen, ich möchte das umsetzen. Und wenn ihr Spaß daran habt, dass ich Spaß daran habe, dann ist alles super, weil wir dann alle gemeinsam Spaß haben. Und das soll es ja eigentlich sein. Und ich hoffe, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Also Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Vorschlägen haltet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, euer Arnulf auf KWO-TV. Schreibt in die Kommentare, was ihr von den Vorschlägen haltet.